so wollen wir mal da hinten links gucken ja mach ich folge dir hier knurks mit dem ach so richtig so ich weiß nicht hier hinten das ist doch unser wo wir gestartet sind ganz am anfang ja aber guck mal da hinten scheint hoch zu gehen vielleicht haben wir da einen kürzeren weg zu dieser gelben ich weiß noch nicht ich bin mir nicht sicher mit dem spiel 16 könnte hinkommen also hier müssen wir durchs wasser und das truppe springen geht nicht schön habe schon versucht ist auch hier der klemmt ein bisschen fest knurks hauptsache wir finden nicht den basilisten noch so wartet er kann ja nicht springen richtig das hier alles gibt rochen auch die gibt es ja keine kleine blotbehausung gefunden buchst du hier zu da kommst du Ich hab noch ein bisschen gelevelt. Wissen. Wo wollen wir denn hin? Hier oben? Eieiei. Ich glaub, da kommen wir gar nicht hoch. Hm? Das ist ja wie so ein Überhang. Da kommen wir doch gar nicht hoch. Hm. Kann man hier so die Strukturen irgendwie hochklettern? Naja, so wird's nicht funktionieren. Nee, aber vielleicht gibt's ja noch irgendwo ne andere. Einen anderen Aufgang. Kommst du mit? Wir müssen in die Kirche. Äh. Hier hinten. Ne, Skorpion. Oh. So, Knurksi Moxie, wir leveln dich mal wieder. Hier hinten hatte ich meine Notbehausung. Da müssten... Warte, da kann ich gleich noch. Aber nee, das mach ich auf dem Rückweg. Die Sachen rausholen. Nicht, dass wir abkrebeln und... ...und alles weg ist. Ups. Guck mal, da kommen wir der Sache doch schon näher. Aber auf Klickern können wir da glaub ich nicht... ...noch nicht, zumindest. Oh, scheiße! Baselisk! Uuuuuh. Der hatte ich! Weg! Bisschen ablenken. Äh, der ist schon... Ja, der kommt langsam hinterher. Wo ist denn du denn jetzt? Da, wo wir hergekommen sind, bin ich. Ne, ich komme. Ich habe einen Baselisk beobachtet. Okay. Oh, der schlängelt da hinten rum. Verdammt, da kann man das schon mal enttuch. Hm. Aber man weiß nicht, wenn... Kann nur sein, dass er jetzt so richtig stark ist, war. Jaja, den nehme ich auch mal an, weil der Gift spuckt. Ja. Dass der Knorps gleich wieder platt ist. Wo waren der jetzt ungefähr? Ja. Naja. Hier hoch halt. Das wird weg. Ich habe den überhaupt nicht gesehen. Der hat sich bestimmt wieder eingebuddelt. Ich gucke schon, ob ich sehe es nicht. Oh, der war hier. Hier, ich sehe ihn. Wo denn? Der ist genau in der Mitte von dem Weg, wenn wir jetzt weiter nach oben laufen. Ich glaube, da kommen wir jetzt nicht dran vorbei. Wie weit kann man denn da ran? Ja, bis er rauskommt. Nicht weit auf jeden Fall. Bleib mal da, ich gehe mal gucken, wie er lang kommt. Nee, hier ist man verdammt nah dran. Ansonsten müssen wir unten durchs Wasser, aber dann weiß ich nicht mehr, ob er hochkommt. Er ist wach. Ich weiß nicht. Ja, ich sehe ihn. Nee, man kommt doch nicht vorbei. Man muss direkt an dem vorbei. Wenn man da hochkommt. Ja. Ja, dann machen wir einen Tod. Ja, dass wir ausweichen. Verdienen. Oh. Vielleicht kriegen wir den dazu wie jetzt. Jetzt kämpft er mit ein paar Dinos. Einfach jetzt dran vorbei. Nee, jetzt kommt er wieder. Nee, der ist doch noch mit dem Stego beschäftigt. Nee, der Kopf ist doch... Aber wo ist denn der Kopf? Ach, das ist gar nicht der Kopf hier. Der ist im Stego. Komm, schnell. Wie ist das? Der Bursche hat nämlich die Rampe hier versperrt. Oh, ich habe nur die Glocken, Leute. Wie ich es wieder immer hörst. Wo ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das ist bei dir. Dass du irgendwie das Fenster offen hast. Und wohnst halt so in der Kirche. Nee. Nee, nee. So, mal gucken. Vom rechts ein Skorpion. Und vorne auch noch. Noch mal Basilisken rumschleichen. Oh, ich habe auch noch gesprungen. Aber ich glaube, da sind wir... Ach, guck mal hier. Ob wir da hinten hochkommen? Guck mal. Und dann da auf diese gelben Adern? Ich muss schon mal gucken. Aber es verdammt ist weit oben. Ich hoffe, unsere Kletteraxt reicht dafür. Ich glaube, da kommt man nicht hoch. Nee, da glaube ich auch nicht. Das ist alles zu weit vor, oder? Das ist ein Knurzchen. Da hinten. Ich dachte eigentlich, wir treffen uns jetzt hier, wenn ich hier rumreite. Wo denn? Nee. Das ist eine Sackgasse, wo ich bin. Ich bin ein Stückchen noch, wo wir waren. Weiter und dann links abgebogen hinter. Ich wollte da mal gucken, wo es hingeht. Hm? Warte mal, das ist... Guck mal hier hoch. Ja. Ich bin jetzt mit dem Gebilde drin. Wo bist du? Gehen wir da hin, wo wir uns getrennt hatten. Ja, genau. Moment, jetzt halt mal. Jetzt gerade hoch gucken. Da, in der gelben Ader bist du? Nee, nicht unterhalb. Auf diesem Eisen. Warte mal, ich kann ja mal springen. Aber ein bisschen rum springen. Nicht? Ganz vorne auf der Kante. Nee, sehe ich nicht. Warte, ich komme runtergerutscht. Ach, da. Jetzt, jetzt sehe ich dich. Können wir hier einfach hochlaufen? Bäh. Nee, in der Mitte musste ich auch. Oh, hier ist besetzt. Oh. Jetzt hänge ich fest. Kleiner zwischendurch, Snack. Ja, ich glaube, weiter geht's nicht. Ja, hier wollen wir doch kein Metall finden, oder? Und da oben ist gelb. Wie an der Felswand. Ich dachte, hier kommt man irgendwie noch hoch. Nein, Knurks, was tust du? Nee, das bist du ja. Das ist ein Knurks. 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 Was ist denn der jetzt schon wieder? Hä? So weg. Hängt bestimmt. Ach, hier hängt da. So beschränkt. Ich weiß nicht. Man könnte das probieren. Das ist... Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Wo denn? Was denn? Hier vorn. Den Felsen hochzukommen. Weißt du, hier oben ist ja gelb. Über uns. Stimmt. Aber ich will ja nicht absteigen. Und dann irgendwo runterrutschen. Das ist nicht sehr weit. Guck mal hier. Wir sind ja jetzt schon hier. Jetzt ist das Ende. Und dann komme ich zum Knurks nicht mehr zurück. Lass den mal hinstehen. Hättest du wohl hier Lust lassen können? Nee, geht nicht. Geht nicht? Kannst du nicht klettern? Warte mal. Warte. Ich beobachte das. Und du bist voll klein auf den großen Felsen. Kletter, Lucy. Ich leite dich. Checker. Ja. Ja, normal musst du jetzt den Felsen da so... Ja, ich weiß ja nicht, wo rechts und links bei dir ist. So schräg hoch und dann noch... Ich kann nicht über Kopf klettern. Das ist das Problem. Ja, genau. Du musst den Felsen, der so leicht angeschrägt ist, den musst du so hochlaufen. Hochklettern. Den hier? Genau. Da hochlaufen kann ich nicht. Aber klettern muss das da... geht nicht. Naja, warte, ich muss warten, sonst falle ich runter. Ich muss warten, bis das Atom vorbei ist. So, jetzt. Checker. Genau. Nee, nicht an dem hoch. Wo dann? Immer den Felsen weiter, wo du draufstehst, glaube ich. Oder hängst du an einem. Warte, ich nehme mein Fernglas, ich beobachte. Jena? Ja. Jetzt kommt noch eine Felsritze und den musst du noch hochklettern und den nächsten. Oh Gott. Ja, das ist echt doch ganz knapp. Oh Gott. Ich sehe gar nicht, wo ich hin kletter. Ich sehe dich auch nicht mehr. Wie kletter ich denn jetzt wieder? Runter? Das geht so nicht, nee. Wie, dass ist denn los? Oder links an der Ritzelage. Nee, das wird nichts. Meine Achse ist schon fast kaputt. Das wird nichts. Ich kann nicht über Kopf klettern. Ich sehe nicht mehr, wo ich hinkletter. Da, weißt du, an einer bestimmten Stelle bin ich da voll mit dem Kopf im Stein drin und habe keine Orientierung mehr. Und links neben den Streifen kannst du da lang, wenn du ein Stück zurück gehst? Naja, das Problem ist, wenn ich jetzt weiter kletter, reicht das nicht mehr. Die geht dann irgendwann kaputt. Und ich hoffe, also ich habe nur noch ein Viertel von der Kletteraxt. Und ich habe nur eine, um wieder runter zu kommen. Und rutschen geht auch nicht wahr? Nee. Und selbst wenn ich einfach irgendwo hängen bleibe, macht das ja die Axt schon kaputt. Nee, das ist ja doof. Oder oben steht ein Kato, sehe ich gerade. Was macht denn der da? Nee, aber in diese Schluchten, da sind schon so eine goldfarbenen Felsen drin. Die sieht man von hier. Ja, das sehe ich auch, aber ich kann nicht über Kopf klettern. Naja, los. Müssen wir mal mehr Äxte mitnehmen. Oh Gott. Was machst du? Komm ich hier wieder nach unten? Wo bist du? Da bist du. Ja? Rutsche. Genau. Und jetzt? Ja, da runter. Kann ich springen? Ich weiß nicht. Du probier es mal. Nee, nee. Doch. Okay. Nee, nee. Das geht nicht. Guck mal, wenn du jetzt von uns links guckst, da siehst du das sehr gut. Da kannst du in so eine Spalte reingucken. Mhm. Das ist aber sehr schwer, da reinzukommen. Vor allen Dingen, ich denke mal, die haben das absichtlich da so angeschrägt, damit man da nicht reinklettern kann. Ja. Vielleicht sind da unterhalb auch irgendwelche Erzabern. Kann auch sein. Hä? Ich gehe hinten runter. So. Ja, wir treffen uns wieder vorne. Ich bin schon hinter dir. Okay. Knorx, ja. ănsch, ja. Knorx, das ist ein Fuchs. Ich krieg das auch nicht hin mit diesem Blutungsschaden. Weiß nicht, ob du das bloß kannst, aber da kannst du rufen, hopsen, wie du willst. Ja, ne, ich habe bisher auch noch nicht gesehen, dass ich irgendwo Blutung verursache. Bisschen doof. Oh, jetzt müssen wir hier lang, wa? Ein bisschen doof. Hinter dir. Achso. Tja. Warte mal, jetzt kann man ja mal da hinten auf den Felsen hochgucken. Wo geht es denn da hin? Das sieht schon öplastisch aus. Oh ja. Da sind Felsen. Oh, das wollte ich gar nicht. Hier? Wenn ich wüsste, wie die genau aussehen, oder wo man zumindest mal hin muss. Das ist doof ist, wir haben überhaupt keine Koordinaten-Dings noch nicht. Ein GPS, das würde auch helfen. Weißt du, ich habe gedacht, vielleicht da in dieser Säule, in dieser mittleren. Siehst du die da hinten? Ja. Wo dieser blaue Streifen oben ist und unten da auf so einem Plateau in der Mitte so ein paar Pilze wachsen? Genau. Da kann man oben mal gucken gehen. Also wenn ich Spieleentwickler wäre, würde ich da Metall hinpacken. Ja, man sieht aber nix durchs Fernglas. Es sind einfach nur Pilze dort. Hm. Das stimmt. Es sind ja auch nur Pilze. Nur Pilze. Na los. Guck mal einfach noch ein bisschen rum. Okay. Vielleicht stolpern wir mal über Metall. Ich meine, wenn hier oben so eine Vorkommen in der Decke sind, da kann ich mir nicht nur vorstellen, dass da was runterfällt. Dass es dann irgendwo in der Nähe liegt. Hm. Kann hier nicht irgendwo, oder? Der Basilisk noch? Ja. So, vielleicht können wir den so rum umgehen. Das kann natürlich sein. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, hier war der. Eigentlich war doch der hier an der Schräge. Ich sehe ihn aber nicht. Da hinten ist er. Der ist weiter. Jetzt kommt er raus. Ja. Könnten wir hier runterhopsen. Und wir ran vorbei. Achtung, Skorpion. Warte mal, ich muss Knawks erstmal wieder auf Passiv machen. Warte mal, du. Bist du schon dran vorbei? Ne, ich bin hier unter dem Gebilde. An der Polo-Wand. Ich reihe jetzt darauf zu. Ja, bin vor dir. Hm, ich sehe dich. Der guckt schon so. Was da hinten war, definitiv schöner. Die Gegend. Hm. Das stimmt. Pilze von rechts, Pilze von links. Äh, okay. Kommt die jetzt raus? Nein, ich denke ich. Die hat mir jetzt ein bisschen Angst gemacht. Ach, die ist lieb. Die macht eigentlich nur Licht. Aber ich weiß nicht, was man mit der anfangen kann. Sonst besteht hier halt noch. Licht ist ja an sich nichts Doofes, aber... Tja, kann ich nicht, was man mit der macht. Das könnte diese Planspieße C sein oder so, ne? Gucken, ob man die abfahren kann oder so. Ne, da passiert nichts. Ne, da würde ich auch stehen, dann... Falsches Werkzeug. Ja, ja. Guck mal, hier so ist ein großer, gelber... Klotz hier hinten. Hm. Was ist denn jetzt? Ach, hat gekackt. Denk hat irgendein Problem. Doch, guck mal, wie das hier aussieht. Ne Höhle, hä? Ich höre ganz laut. Glocken. Oh! Was? Ich bin durch Pilze gelaufen, glaube ich. Mal kurz mal gucken, wo die jetzt waren. Ich weiß gar nicht. Ne, ich glaube, das ist dieses... Das ist wie so eine Barriere, ja. Ach so. Ha. Ja. Ja. Da sind so viele Pilzsporen drin, wahrscheinlich. Oh, das würde ich jetzt aber ganz schön reingehauen. Hälfte Leben weg und ich habe nichts mehr zu futtern. Oh, das ist das? Ich will ja nichts weiter sagen, da kommt diese Leute her. Aber das ist anscheinend so eine Höhle. Vielleicht ist die ja noch nicht freigegeben, dass sie wie gesperrt ist. Das kann sein. Oder man braucht dafür diesen Anzug, diesen Gefahrenanzug. Das ist so eine Artenschutzmaske. Oder sowas. Gab es ja auch, wa? Ja. Wie lange weiter? Daher. Vielen Dank.